Was geht ab, meine Seafighter, Ozeria? Und ihr habt es richtig gelesen, ihr könnt euch mehr als 100 Dragonzones, 33 Seekles und viel, viel mehr jetzt aus dem Spiel holen. Was ihr machen müsst, ist ganz einfach, ihr loggt euch jetzt in das Spiel ein, checkt eure Giftboxen und könnt das einmalig alles abholen. Wir werden uns aber dementsprechend gleich alles ansehen, woher das Ganze kommt, warum wir es bekommen haben und werden die Preise hier auch holen. Eine Sache vorweg, wenn es bis zum... Ich werde das Video kurz halten, wenn nicht lang sein, aber am Ende werde ich euch noch was sagen, ganz kurz, beziehungsweise was heute noch abgehen wird, wäre cool, wenn du bis zum einen einschaltet und dranbleibt, aber wie gesagt, wir gucken uns mal alles an. Nun gut, zum einen sind wir Platz 1 gechartet in 10 verschiedenen Regionen, sowohl auf Google Play und iOS und wir wissen pro Region, dass auf beiden Stores Platz 1 chartet, Android und iOS, bekommen wir 7 Dragonzones. Dementsprechend haben wir hier 70 Dragonzones so bekommen aus der ersten Platzplatzierung, 33 Tickets, also die ersten Tickets, das sind die ersten Tickets nicht bei LR, sondern die Tickets aus den LR-Bannern, wo Tapion im Banner-Build ist. Heißt, da könnt ihr auf jeden Fall auch gut sammeln und ich hoffe, dass ihr da auf jeden Fall LR zieht. 33 der drei Jahresmünzen, könnt euch gerne mal Sachen abchecken, was ihr euch in den Barbershop holen könnt. Ich empfehle eigentlich, wenn ihr keine Grand Cards habt, holt die Grand Cards, aber ansonsten schaut einfach nach, was ihr eben gerade braucht. Und zudem haben wir noch drei Grand Cards von jedem Typus bekommen, sehr, sehr geil. Diese folgenden Länder sind Platz 1 gechartet, sowohl auf beiden Stores Platz 1 auf App Store und Google Play, wie gesagt. Und ich bin eigentlich, gute Dinge, beziehungsweise können noch vielleicht ein paar weitere Regionen hinzukommen, wenn das so wird. Dann bekommen wir die Preise auf jeden Fall noch im Laufe der Tage. Anyways, aber diejenigen, die richtig mitzählen können, warte mal, das war nur 77, richtig. Aber wir haben auch 30 weitere Dragonstones bekommen aus der Facebook-Kampagne, das werden wir gleich hier alles einsammeln. Und weitere Preise aus der Stamina-Kampagne, das Ganze läuft hier, beziehungsweise die Facebook-Kampagne ist jetzt fertig. Da haben wir alles gut auszuholen können, nämlich die 30 Dragonstones. Die Stamina-Kampagne läuft noch an der Stelle, deswegen tut er auf jeden Fall fleißig das Spiel spielen und fleißig Stamina verbrauchen, damit wir da die Stamina-Preise auf jeden Fall noch kommen. Das ist quasi, by the way, ein Goku, den wir bekommen werden. Ich habe zu dem Goku selbst ein Video schon gemacht, das könnt ihr euch gerne abchecken, falls ihr euch jetzt schon fragt, ey, was kann der Goku, was hat er drauf, was muss ich beachten, wenn wir ihn kriegen, könnt ihr euch gerne abchecken dazu. Und boom, hier seht ihr es, 110 Dragonstones, 34, jetzt wundert euch nicht, warum sind es 34, 110 bei mir. Also 77 bekommt ihr ganz fix aus der Platz 1, 30 aus Facebook und die anderen, die ich da bekomme, sind aus meinem Login-Bone. Und ich habe mich heute noch nicht eingeloggt und der eine Ticket-Plus ist auch aus meinem Login-Bone. Heißt, wundert euch nicht, wenn ihr sagt, ne, ich habe nur 7 Sitz bekommen, dann habt ihr entweder schon die 30 heute Morgen früh eingesammelt, als ihr euch heute Morgen eingecheckt habt, denn die 77 Dragonstones kamen erst ab 10 Uhr. Oder das kommt noch bei euch, weil es kann sein, dass es vielleicht nacheinander verteilt wird. Also versagt da nicht, beziehungsweise denkt auf jeden Fall nach, vielleicht habt ihr es schon eingesammelt, die 30 aus der Facebook-Karte heute Morgen nach dem Aufstehen. Wenn nicht, dann solltet ihr auch eigentlich, also wenn ihr euch heute noch gar nicht eingeloggt habt, dann solltet ihr auch genauso viel bekommen wie ich, nämlich 110 aus den Login-Bone etc. Genau, soviel zu den Preisen, wie gesagt, by the way, wundert euch nicht, das ist ein Account, der mir der Beura Senga zur Verfügung gestellt hat, den werde ich Giveaway. Alle Infos werden aber dazu morgen folgen, denn morgen wird ein 10K-Special-Stream laufen. Aber wie gesagt, die ganze Information folgen dann im morgen Video. Aber ich würde euch noch ganz kurz eine Sache zeigen, nämlich im japanischen Dokkan-Battle läuft das Extreme-Z-Battle von Gohan, von Ultimate in Gohan. Das Ganze werden wir heute streamen, ab 18 Uhr auf Twitch. Schaut im Streamplan vorbei, in der Stream-Beschreibung, in der Beschreibung unten selbst. By the way, in der Beschreibung selbst sind wirklich alle Links, die ihr braucht, alles. Die Beschreibung ist Gold wert, schaut da rein. Und genau, aber Ausfall, wenn ihr da was wissen wollt, was ihr da machen müsst, wie gesagt, bis Stufe 30 könnt ihr da die Medaillen sammeln. Die Kategorie Majinbu-Saga ist sehr effektiv gegen ihn, also macht vermehrt Schaden gegen ihn. Was kann dieser Boy nach sein? Extremely Awakened, er gibt in Type-Karte den Key plus 3, er auf HP dann auf 70%. Er tut mit jeder Ulti Greatly Raise seinen Angriff erhöhen, also Greatly Raise Attack und macht immense Damage. Und das kann sich säcken. Jedes Mal, wenn er ultiert, bekommt er durch Greatly Raise Attack 50% auf seinen Angriff. Seine Pass hat sie folgendermaßen geändert. Er bekommt Key plus 5, Attack plus 80% und Verteidigung plus 40%, wenn er Key von 7 oder mehr hat. Also Key, wenn die Key 7 ist oder mehr, dann bekommt er 80% auf den Angriff, 40% auf die Verteidigung, Key plus 5. Manch einer sagt, okay, es geht, 80%, nein, 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 nein. Das kann man auf jeden Fall mitnehmen, denn diese Boy, diese ganzen Charakterien nach dem Extremely Awakened haben fast LR Shadows mit 140% auf den Angriff. Und das Brutale bei ihm ist, jedes Mal, wenn er ultiert, erhöht er seinen Angriff mit Greatly Raise, mit diesem Boost von Greatly Raise und das sind 50%. Also unterschätzen Boy nicht, wie gesagt, wir machen heute seinen Extremely Awakened, seinen Extremely Battle ab 18 Uhr live auf Twitch. Der Link ist in der Beschreibung und by the way, damit vergisst nicht, lockt euch einfach in das Spiel, dann leuchtet euch die ganzen Preise, mehr als 100 Stones, 33 Tickets auf jeden Fall, holt sie dann sehr schnell ab. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. Outro